Ich hab dir was mitgebracht. Zeig mir, was es ist. Ich hab mir nichtOLD, was ich wirklich gut ist. Wir werden den 5-10-10, die ich gerade beseitigt habe... Ich hab mir erwischt. Ich hab mir in den 5-10 limzeln. Ich hab mein Liebling. Ich hab gerne etwas Fisk. Ich hab mir auf 7-10, die ich nicht so fand. Ich bin sehr geliefertig und alles geöffnet. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Als ich dich zum ersten Mal sah, weißt du, was ich da gedacht habe? Wenn ich den Mann doch berühren dürfte. Nur ein einziges Mal. Er ist so schön. Ich würde seine Zärtlichkeit aus einem Schweinedruck trinken. Du errötest?